Das ist die Werbeunterbrechung. Ich liebe es, mein Jutsuschen. Alle drei, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ja, oder was auch immer. Das war gruselig. Also es war ein... Warte, 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 warte. Es war ein cooler Aufbau, aber schon sehr gruselig. Ich habe doch erst bei dir die Umnahme gestartet. Wir müssen jetzt anfangen. Das war der komische Aufbau in Halle 3. Der war so gruselig. Im Allgemeinen... Jetzt und ich einfach anfangen zu reden. War das ein cooler Aufbau, aber das hier war gruselig. Es hatte so komische Titten. Ja, es hatte wirklich... Oh Gott, dieser Silent Hill Nebel. So neblig. War das nicht der Tag, wo wir uns... Ach nee, am Samstag haben wir uns gestritten, ob es schneit, oder? Nee, das war schon Freitag. Das war Freitagabend, da haben wir uns gestritten, ob es schneit und es hat geschneit. Nein, das war Freitagmorgen, wenn dann. Morgen. Wo wir uns gestritten, also wo wir zum Bahnhof gelaufen sind und da hast du gemeint, hier guck doch mal, hier sind doch diese weißen Flocken und ich habe die nicht gesehen, weil ich sehe mit Kontakten so gut wie nichts. Also schon so... Hat geschneit. Hat geschneit. Und als wir gefahren sind, hat man nämlich auch schon in der Landschaft gesehen, dass es echt total verschneit war. Komplett. Und ich so... Aber das Wetter war sowieso sehr lustig. Also wir hatten Nebel gehabt, wir hatten Schnee gehabt, wir hatten Regen gehabt und wir hatten sogar Sonnenschein gehabt. Für jeden was dabei. Für jeden Geschmack. Oh, diese Viecher. Es ist so niedlich. Ach ja, das sind ja früh durch die Dingsbums gegangen. Da war der Shopping Trip. Yeah, ich stehe voll auf meine Wig. Ach, Figuren. Niemann. Ich habe ja nicht vor, die mir zu kaufen, aber es ist lieber, als der muss angekitscht werden. Ja. Ich hatte ja mal solche Figuren, aber das sind Staubfänger. Ich glaube, eine steht sogar noch zu Hause bei meinen Eltern, die die Suse mir damals geschenkt hat. Die Konata. Ja, das sind wirklich Staubfänger. Also dafür brauchst du eher eine Vitrine. Ich finde die immer noch toll. Die Butler Bitch. Die Butler Bitch. Bostar. Wir gucken uns Bostar an. Und da habe ich mir diese coolen Copics, also Copic-Abklatsche gekauft. Die war voll, also die an dem Stand, die war echt cool. Voll engagiert, voll der Service, voll auf Zack. Also hat sofort gewusst, worauf ich gerade gucke, was ich will, was ich brauche. Die war auch schon auf der Conagy und von ihr habe ich ja auch meine Aquarell-Tusche gekauft. Die ist gut. Oh Gott, ist das niedlich. Ich kriege aber hier ist... Hat schon wieder jemand seinen Skypes vergessen? Gesundheit. Na? 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 Pui. Tof Pui. Habe ich übrigens auch dran gemalt. Achso? Cool. Ah ja, und da gab es diesen Stand mit frischem Obst. Ach nee, es war trockenobst. Es war gezuckertes Obst. Obst mit Obst. Der Tabaki! War schon letztes Jahr auf der LBM. Und dann habe ich noch so voll mit vollem Mund zu ihm gesagt, ja dankeschön. So, da kommst du nämlich von dem Zeichnerstand und zählst deine Beute. Hier ist mein Geld. Ach ja, die Stifte, die coolen Stifte. Ich habe Sachen gekauft. Und ich war nicht pleite. Ich war nicht pleite. Ich habe noch mehr als ein Drittel von meinem Geld übrig. Ah, nochmal coole Klamotten. Die waren aber auch sauteuer. Gerade diese Hosen fand ich so geil, aber dann habe ich den Preis gesehen, dachte ich mir Nein. Die Universität Halle war auch dabei. Ach stimmt, dann sind wir ja dann durch Halle 3. Misu hat sie so gepost. Ja, das war toll, weil es war bequem. Und ich habe diesmal für die Tattoos Acrylfarbe genommen, das war besser. Was hast du denn das letzte Mal gemacht? Bessermalfarbe. Dedeco. Aus dem Farbkasten, aus dem Grundschulfarbkasten. Lila eine Wassermalfarbe. Nein Leute, wenn ihr Tattoos machen wollt, dann nehmt Acrylfarbe. Die geht extrem einfach wieder ab. Die hält recht gut, außer jetzt hier an den Gelenken oder so. Ja, aber nehmt Acrylfarbe. Man kriegt auch keinen Ausschlag davon. Die meisten von uns. Das muss aber noch relativ früh gewesen sein, oder? Wenn wir dann noch alleine saßen. Ja. Das war sehr früh. Da saßt du noch da und hast auf die anderen gewartet. Ich bin immer rumgelandet. Aber da ist schon aufgefallen, dass es dieses Jahr voller war. Oh ja. Also Freitag. Freitag war schon voller. Also war sowieso generell... Jedes Jahr wird es immer ein kleines bisschen voller Roller. Ich hab in der Zeitung gelesen, dass es dieses Jahr 11.000 Besucher mehr waren als letztes Jahr. Also irgendwie sind sie jetzt bei 186.000 Besuchern. Ne, jetzt eine Menge quasi. Ja. Das war Samstag, ey. Aber ich muss sagen, Samstag fand ich gar nicht so schlimm. Ja, das war's dran. Samstag sind wir recht gut durchgekommen. Kann auch sein, dass wir einfach viel Glück hatten. Ich bin immer durch die Glashalle gelaufen. Einfach nochmal, um noch ein paar Cosplayer zu filmen und gegen Bäume zu laufen. Filmen. Mit Ü. Ah, Khaleesi. Ich hab ich extra für dich fotografiert. Die hat mich, glaube ich, auch nochmal angesprochen. Ja, die ist nochmal zu uns rübergekommen. Also nicht direkt zu uns, sondern uns vorbeigelaufen. Ja, rumgelaufen. Schönen! Oh ja, der sah so cool aus. Der sah echt cool aus. Aber Freitag war somit das beste Cosplay eigentlich, weil es war nicht zu warm, nicht zu kalt. Es war sowieso recht angenehm klimatisiert da drin. Ja. Ich muss sagen, es war schon schlimmer, es war schon heißer, es war auch schon kühler. Ich find die Fußbodenheizung immer noch total genial. Ja. Ah, Five Nights at Freddy's. Oh, mein totales Highlight. Foxy. Der hat sich dann auch noch so gruselig drapiert für das Video und dann... Da bin ich mit... Oh Gott, ich hab den Namen schon wieder vergessen, nochmal rumgelaufen durch Halle 1. Und die hat sich einen Drachen... Nee, nicht die Drachenplüschi gekauft. Ein Schulterdrache, so hieß die Dinger. Schulterdrache? Ja, die kann man sich so um die Schulter legen. Und dann halten die da so und sehen voll fesch aus. Quasi der Nerz für Nerds. Also komm, der nervt's für Nerds. Ich mein' ja nur. Ah, nur Monikos. Oh Gott, sie verfolgen mich auf jede fucking Con. Das ist so zum Kotzen. Ich will so ne Scheißkatze haben. Und die sind so schweileteuer. Ja, ich beschwär mich auf jeder Con darüber. Ey, irgendwann viel Spaß. Ich werd mir neben dir dann immer noch so schön demonstrativ andere Sachen kaufen. Ich hab mir in dir schon gesagt, irgendwann, wenn ich reich und berühmt bin, fahr ich mit meiner Limousine aus Gold direkt in die Halle und kaufe alle Nekos. Warum kaufst du dir eine Limousine aus Gold? Warum nicht einen Smart, den wir auch benutzen können? Mit einer Limousine aus Gold findest du nirgendwo einen Parkplatz. Da kritzt sich jeder sein Stück ab. Da kritzt sich jeder sein Stück ab.